Sag mal Ute, feiern wir dieses Jahr Weihnachten eigentlich zusammen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wieso? Ich habe so ein Buch gelesen, die Merchant oder wie auch immer man das ausspricht, Schweig. Das spielt Weihnachten. Ja. Und zwei Schwestern. Ja. Und der Klappentext sagt, was würdest du tun, um deine Schwester zu retten? Und was, um sie loszuwerden? Und da hast du jetzt Angst? Vielleicht hast du ja recht und Familie wird überschätzt.